moin leute und herzlich willkommen zu einem weiteren video auf dem kanal learning by watching und ja wie du bestimmt schon im heutigen titel gesehen hast soll es heute mal um den ablativus separativus gehen falls du dich also noch nicht mit dem separativus zum beispiel beschäftigt hast oder auch gerne die anderen ablative die ich bereits auf meinem kanal mal thematisiert habe noch nicht gesehen hast kannst das gerne mal meiner playlist auschecken ansonsten geht es heute vor allem um den separativus wir beschäftigen uns zunächst einmal ganz generell damit was ist denn überhaupt der separativus und danach auch mal an dem beispiel das ganze zu verdeutlichen ich würde sagen starten wir direkt mal rein und stellen uns als erstes mal die frage was ist denn überhaupt der ablativus separativus zunächst einmal der ablativus separativus ist eine spezielle ablativ form in latein wir haben jetzt hier also nicht den grundlegenden ablativ erstmal sondern hier geht es eben spezifisch um eine ablativ form die eben dann auch seinen eigenen sinn hat beziehungsweise seine eigene funktion hat rein grammatikalisch handelt es sich jedoch nur um einen einfachen ablativ also eine endung kann man nicht erkennen dass es sich um den ablativus separativus handelt da dort eben die gleichen endungen sind wie beispielsweise beim ablativus loki im deutschen haben wir dabei erstmal ein problem bei der übersetzung speziell wenn wir eben nicht den sinn des ablativus separativus beachten da wir ansonsten eben falsche übersetzungen raus haben und darauf müssen wir eben wie gesagt sehr sehr stark achten dann stellt sich natürlich die frage um diesen sinn auch nachher in die übersetzung mit einfließen zu lassen welchen sinn hat denn jetzt überhaupt der ablativus separativus oder welche funktion erfüllt er dafür ist sehr wichtig die frage nach dem ablativus separativus zunächst einmal ihr kennt das ja auch schon von den anderen casi vom nominativ beispielsweise oder vom genitiv die haben eben auch ihre einzelnen fragen der nominativ beispielsweise wer oder was oder der genitiv wessen in dem fall hatte ablativus separativus als frage woher und wovon dementsprechend soll der ablativus separativus immer die herkunft von etwas darstellen gehen wir das ganze jetzt mal ein beispiel an und zwar agricola foro conctander venet das prädikat ist erstmal venet er sie es kommt das subjekt agricola wer oder was nominativ singular der bauer kommt dann haben wir hier ein adverb conctander gehört zu venet also der bauer kommt spät und dann haben wir noch ein ablativ forum dementsprechend können wir danach fragen woher kommt der bauer spät und die antwort darauf ist natürlich der bauer kommt spät vom markt also im endeffekt ist ja eben die herkunft des bauers der markt und dementsprechend haben wir hier einen ablativus separativus ich denke mal ist relativ einfach wenn man die frage kennt hier muss man wirklich nur darauf achten okay ich weiß was der separativus ist er soll immer die herkunft von etwas dargeben woher und wovon sind die fragen und dementsprechend muss ich den sinn dann eben auch in die deutsche übersetzung mit einfließen lassen falls ich dir mit diesem video helfen konnte würde ich mich selber ein abo und über like freuen ansonsten guck doch gerne in der beschreibung vorbei dort findest du den link zu meiner website für alle leute die noch informationen für latein für ihre nächste klausur benötigen ansonsten würde ich sagen wir sind beim nächsten video wieder bis dahin haut rein und ciao und zum nächsten Video Vielen Dank.